Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin ein bisschen, ich sag mal, hin- und hergerissen. Ihr könnt es wahrscheinlich schon am Titel lesen. Vermutlich habe ich die beste BB-Cream überhaupt gefunden. Und ihr kennt meine recht kontroverse Meinung gegenüber Make-up Revolution und meine Angst, dass da eigentlich immer weniger gute Sachen bei rumkommen. Jetzt habe ich aber was Neues gefunden und zwar hat Revolution gedacht, kommt, wir haben alles abgegrast, außer den Mann. Wir bringen eine komplette Make-up Kollektion für Männer raus. Und ich habe alle Produkte bestellt, die mit Make-up zu tun haben. Und wir werden das Ganze heute testen. Und Spoiler Alarm, bleibt unbedingt dran, denn dieses Produkt ist zu 99,9% auch was für euch. Freunde, ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr hattet alle ein wunderschönes Wochenende. Ihr wisst, dass ab Mittwoch die Catrice-Woche beginnt. Das heißt, es gibt drei Videos rund um das neue Catrice-Sortiments-Update. Ich habe euch alle Produkte gezeigt, die ich habe. Und zwar das komplette Sortiment. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und dem Video einen Daumen nach oben gebt. Als Zeichen, dass ihr euch auf die kommende Video-Woche freut. Und ich will gar nicht so viel Zeit verlieren. Wir starten auch gleich direkt mit dem ersten Produkt. Ich will aber ganz kurz was sagen. Und zwar ist mir oft bei mir selber schon aufgefallen, wie beispielsweise bei der Beude Chanel Foundation, die ich immer noch sehr, sehr gerne benutze, dass das Thema Make-up für Männer in Anführungszeichen recht schwierig ist und mich selbst so ein bisschen hin und her reißt. Ich habe aber eine Lösung gefunden. Und zwar bin ich damit fein. Denn folgendes hat sich zugetragen. Erstmal wollen wir, dass Männer an sich offener sind für das Thema Make-up. Das ist natürlich ein Teil von dem Ganzen. Und wenn wir so super heterosexuell aussehende Produkte wie diese Kollektion, das ist alles schwarz und weiß, rausbringen, die den Mann im Allgemeinen eher ansprechen, nicht ein Mann wie mich oder nicht ein, ich rede jetzt wirklich vom heterosexuellen Cis-Mann. Dann ist das schon mal ein richtiger Schritt in die Richtung, um für andere Personen für Akzeptanz zu sorgen. Auf der anderen Seite sind Produkte für Männer vermutlich so konzipiert, dass sie ganz besonders gut performen. Denn ich vermute, dass der durchschnittliche Mann, der Make-up-Produkt dann auch benutzt, sich keine Gedanken darüber machen möchte, wie lange hält das Make-up, wie sieht das aus, welche Farben gibt es, wie soll der Unterton sein, ist es einfach zu benutzen, wie viele verschiedene Produkte brauche ich dafür. Und das macht es für uns, die sich gerne mit Make-up auseinandersetzen, natürlich recht spannend, weil die Produkte dafür ein gewisses Standard erfüllen müssen. Und das werden wir heute ausprobieren. Ich habe einige Produkte gekauft und ich bin super, super, super gespannt. Eins davon habe ich schon getestet. Ich habe euch mal ein klitzekleines bisschen näher geholt, denn wir starten mit einem Skincare-Produkt. Es gab auch eine komplette Skincare-Reihe von Revolution, die recht gut aussah. Hier war wirklich alles weiß. Wir hatten einen Under-Eye-Cooling-Stick. Wir haben eine Hydrating-Moisturizer-Creme. Und das ist die, die ich jetzt auch benutze. Sie riecht tatsächlich nach gar nichts. Das ist einfach eine, ich würde mal sagen, stinknormale Feuchtigkeits-Creme, die keine Duftstoffe hat und vor allen Dingen, die nicht so speckig auf der Haut aussieht. Ihr erinnert euch an den Kommentar, den ich vor einigen Tagen bekommen habe, dass ich auch mal was anderes machen soll außer Glow. Und ich glaube, dass für einige von euch das Thema Glow auch so ein bisschen schwierig ist. Manche mögen es, manche können es nicht tragen. Und dieses Produkt hinterlässt absolut gar kein Glow. Es zieht sofort ein. Es hat keinen Duft. Es riecht nicht maskulin, sondern es riecht einfach nur nach Creme. Und die Haut fühlt sich tatsächlich wirklich, wirklich gut an. Ich nehme jetzt nochmal ein bisschen was. Die Textur ist recht dick und recht cremig, aber ohne... Und das ist genau das, was ich so spannend finde. Die Produkte sind so gemacht, dass die jemand gerne benutzt, weil sie dieses speckige Gefühl nicht haben wollen oder weil sie dieses super glänzende nicht haben wollen, sondern einfach ganz schlichter Moisturizer, der die Haut mit Feuchtigkeit versorgt, für morgens und abends clean und einfach. Es gibt aber ein anderes Produkt. Und das muss ich natürlich schon für euch testen, um einfach so ein bisschen herauszufinden, wie sind die Produkte und wie verhält sich das Ganze im Alltag. Und das ist der Skin Tint. Ich habe die Skin Tints bei Zalando gekauft. Ich verlinke euch ein paar Produkte. Es gab noch nicht alles überall. Es ist wirklich recht neu. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin überwältigt. Ich zeige euch jetzt gleich, warum. Wir sind schon lange auf der Suche nach einer BB Cream, die im Alltag uns einfach ein schnelles, einfaches und nicht so übertriebenes Make-up gibt. Gerade jetzt vielleicht auch bei den Temperaturen. Und das habe ich bei TikTok gesehen. Und daher kam ich auch erst auf die Produkte. Das ist ein Skin Tint, der erstmal weißlich ist. Und ich zeige euch ganz kurz, wie er aussieht. So eine typische BB Cream. Oh nein. So eine typische BB Cream, die erst weiß ist und die Pigmente platzen auf. Die Shade Range ist von hell bis dunkel. Es sind nicht so viele verschiedene Untertöne. Es gibt aber verschiedene Farben. Ich benutze jetzt hier gerade die Farbe Medium. Und ich trage mir das Ganze jetzt erstmal mit dem Finger auf und verreibe mir das Ganze dann. Und ihr seht sofort, dass sich dieses Produkt aufplatzt und so einen Hauch an Farbe da lässt. Ich habe ihn, wie gesagt, schon benutzt. Und ich nehme jetzt auch meinen Pinsel. So habe ich es nämlich die letzten Tage gemacht. Und arbeite mir das Produkt richtig schön ein. Und dann seht ihr gleich, dass die Deckkraft gar nicht so schlecht ist. Und wenn ich ehrlich bin, ihr kennt meine Meinung zu Make-Up Revolution. Ich mag die Marke nicht mehr mittlerweile. Weil einfach mir das die letzten Jahre zu viel wurde. Und jetzt seht ihr, die Farbpigmente platzen auf. Ich finde, mit dem Pinsel geht es noch ein bisschen einfacher als mit den Händen. Und es hinterlässt eine schöne, ebenmäßige Farbe, die nicht zu doll ist. Wir machen es jetzt nochmal auf der anderen Seite. Ihr könnt das Ganze sogar ein bisschen aufbauen. Ihr kennt mich ja, ich bin ja kein Freund von BB Creams, weil ich einfach die Deckkraft nie mochte. Oder weil sie zu leicht oder zu speckig aussahen. Aber deswegen glaube ich, dass dieses Produkt für einige von euch, die gerne im Alltag BB Creams tragen, ganz spannend sein könnte. Weil das Produkt dafür vermutlich gemacht ist, dass es halt einfach sehr einfach ist. Sehr easy zu benutzen und den ganzen Tag hält, ohne speckig auszusehen. Das ist jetzt gerade das Spannende. Ihr seht auch einmal im direkten Vergleich, wie das Ganze aussieht. Die Deckkraft ist völlig ausreichend. Ein paar Unebenheiten sind kaschiert worden. Ein paar scheinen noch durch, so dass das Ganze natürlich aussieht. Wir machen das Ganze nochmal auf der anderen Seite. Hier sind übrigens auch 26 Milliliter mit drin. Das ist ein bisschen weniger als eine Foundation. Es wird auch nicht so lange halten wie eine Foundation, weil man natürlich, wenn man eine gewisse Deckkraft haben möchte, einfach ein bisschen braucht. Aber ich dachte mir, ich hätte nicht gedacht, dass ich darüber ein Video mache, weil ich einfach gedacht hätte, okay, das ist totaler Quatsch wieder und wieder so ein Produkt, was keiner braucht. Und dann habe ich das halt die letzten Tage benutzt. Und zwar so, dass ich jeden Tag wieder selber dazu gegriffen habe. Das ist etwas, was ich, ich sag mal, recht selten mache, dass ich im Alltag auch zu einem Produkt immer wieder greife, weil es mir beim Testen gefallen hat. Und dann könnt ihr euch eigentlich sicher sein, dass ich damit echt zufrieden bin. Wir lassen das Ganze jetzt mal ein paar Minuten auf der Haut sitzen und so ein bisschen auf uns wirken. Ich finde, dass sich die Farbe auch nochmal so ein bisschen an die eigene Haut anpasst. Sie oxidiert tatsächlich gar nicht. Also das ist mir aufgefallen, auch in den letzten Tagen. Auch das ist ja immer so ein bisschen die Angst bei BB Creams, dass sie entweder farblich gar nicht passen oder dass sie einfach oxidieren und sich mit anderen Produkten nicht so gut vertragen. Ich habe sie jetzt, wie gesagt, fast eine Woche und auch mindestens sechs Mal benutzt. Das ist ein äußerst schönes Finish, muss ich sagen. Wir haben aber noch ein paar andere Produkte, die wir jetzt einfach mal ausprobieren. Und zwar haben wir hier ein Brow Tame Gel. Ein Gel, was die Augenbrauen so ein bisschen fixieren soll. Und meine Hoffnung ist, dass dieses Produkt diese buschigen, festen Männeraugenbrauen gut fixiert, die ich nun mal habe. Und es kommt mit so einem kleinen Spoolie. Auch das ist nicht parfümiert. Das Packaging ist sehr schlicht, sehr clean. Und wir gehen jetzt einfach mal hier so ein bisschen hoch. Kommt überhaupt was ab? Das Bürstchen finde ich ein bisschen sehr klein dafür. Aber ihr seht, die Augenbrauen können damit recht gut sogar hochgebürstet werden. Es ist auch wahrscheinlich etwas für den Bart. Mein Bart ist jetzt leider nicht lang genug dafür, um das Ganze zu testen. Aber wenn ihr einen Bart habt oder wenn ihr Babyhärchen habt, könnte ich mir vorstellen, dass man damit wirklich so kleine Babyhärchen-Styles mit designen kann. Ist ja auch total beliebt und sieht immer super, super süß aus. Ich habe weder einen langen Bart noch Babyhärchen. Aber funktioniert. Wir lassen das Ganze auch hier mal so ein bisschen antrocknen und tragen in der Zwischenzeit Concealer auf. Ich habe mich ein bisschen verkauft. Ich habe zwei verschiedene gekauft. Einmal in viel zu dunkel, den man vielleicht als Bronzer benutzen könnte dann noch. Aber hier einmal in der Farbe Medium kommt in so einem typischen Klerasil-Stick. Also damit habe ich mir mit 13 die Pickel abgedeckt. Wir probieren es jetzt einfach mal aus. Sehr einfach zu benutzen vermutlich. Keine Ahnung. Ein bisschen hier. Ein bisschen hier. Dann nehmen wir jetzt einfach mal den Finger. Diese Sticks funktionieren immer ganz besonders gut mit Körperwärme. Und wir wollen es ja auch einfach benutzen. Ich mische mal ein bisschen dunkel mit rein und klopfe das jetzt mal so ein bisschen in meine Augen. Und auch der ist von der Textur her recht fest und recht mattierend. Und ihr seht auch, glaube ich, sofort im direkten Vergleich den aufhellenden Effekt. Ich gehe jetzt hier vorne noch mal ein bisschen hin. Hier außen und hier unten. Und lasse das Ganze mal kurz ein bisschen aufwärmen. Ich habe mir ja so einen auch von Chanel gekauft gehabt. Den fand ich ja unterirdisch schlecht, weil der einfach gar keine Deckkraft hatte. Der sieht jetzt aber auf den ersten Eindruck recht gut aus. Fühlt sich gut an. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals von einem Make-Up Revolution Produkt begeistert bin. Also diese BB-Cream-Freunde. Verrückt. Wenn ich es jetzt nicht wüsste, könnte ich nicht sagen, dass ich Make-Up trage. Die Deckkraft ist mir bei meinen Augenringen ein bisschen zu schwach. Aber auch der glänzt nicht. Das heißt, die Haut sieht so schon ein bisschen mattiert aus, ohne dass sie künstlich aussieht. Es gibt ein Produkt zum Mattieren. Und das ist dieses Puder. Auch das gab es in verschiedenen Farben. Ich nehme mir jetzt einfach mal einen Pinsel und gehe hier rein. Und wir fixieren einfach mal eine Seite meines Gesichtes. What is this? Könnt ihr mir so ein bisschen fragen, was mein Gedankengang war? Zu sagen, okay, ich habe ein großes Problem damit, wenn wir Produkte überhaupt so gendern müssen. So Foundation für Männer oder Puder für Männer. Aber egoistisch gedacht, denke ich mir, wenn das gute Produkte bei rumkommen, why not für uns, denen das egal ist, ob da Mann, Frau oder was weiß ich draufsteht. Das Puder hat das Make-Up recht gut fixiert. Es macht jetzt nicht das schönste Finish. Also es erfüllt den Zweck, sagen wir mal so. Ich nehme jetzt meinen Microfiber Multi-Tool Mini und probiere es mal damit so ein bisschen. Ja, eine leichtere Schicht damit funktioniert, finde ich persönlich, sogar noch ein Stückchen besser. Es sieht einfach natürlicher aus, wenn man nur ein bisschen weniger benutzt. Ich glaube, dass es auch etwas ist für vielleicht unterwegs ist jetzt kein Muss. Ich dachte, wenn, dann probieren wir alles mal gemeinsam und zusammen und schauen mal, wie das Ganze miteinander harmoniert. Es gibt noch einen Bronzer und da bin ich super skeptisch. Den gab es, glaube ich, auch nur in zwei oder drei Farben und das ist die Farbe Light. Der sieht extremst warm und extremst pigmentiert und sehr dunkel aus. Deswegen gehe ich nur ganz, 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 ganz leicht hier einmal rein, zweimal. Arbeite mir das Produkt in den Handrücken und tupfe jetzt einfach erstmal. Ich würde den fast eher als Blush benutzen, wenn ich ehrlich bin. Mir persönlich ist der jetzt ein bisschen zu orange, zu warm. Mir ist der zu warm. Vielleicht ist aber auch einfach meine Hautfarbe nicht light, sondern medium, aber wobei medium noch dunkler war. Ne, also der Bronzer, da würde ich sagen, das würde abschrecken. Gehe jetzt mal so ein bisschen über das gesamte Gesicht einfach, um es anzupassen. Es funktioniert. Wir sind aber einfach andere Bronzer Shades wahrscheinlich gewohnt und mögen es eher ein bisschen kühler, glaube ich. Mir persönlich, oder mir passt er einfach nicht. Das kann man so sagen. Er hat aber ein schönes Finish. Es sieht nämlich wieder so ein bisschen lebendiger aus. Die Augenbrauen sind tatsächlich fixiert. Also das ist wie das Anastasia Beverly Hills Brow Freeze. Ich habe noch was für die Augenbrauen, beziehungsweise für den Bart. Ein Brow Beard Pencil ist ein 1 zu 1, wirklich ein 1 zu 1 Dupe zu dem Anastasia Beverly Hills Brow Wiz. Sehr, sehr feine Spitze, mit der man den Bart so ein bisschen aufhören kann. Die meisten von euch werden keinen haben, deswegen gehen wir einfach mal hier so ein bisschen durch die Augenbrauen durch. Qualitativ ist der aber 1 A. Also gibt gut Deckkraft ab. Auch hier sind die meisten so ein bisschen kühler. Bin so gespannt, was ihr dazu sagt, zu den Produkten. Weil ich, ihr kennt ja meine Meinung zu Make-Up Revolution. Ich finde das, ich finde es übertrieben, wie viele Produkte die rausbringen. Und die meisten Produkte, die sie rausbringen, sind auch einfach nicht mehr gut. Geht jetzt mal mit ein bisschen Fixing Spray rüber. Was sagt ihr, Freunde? Also, ich will gar nicht über die BB-Cream reden, weil die ist phänomenal. Vertraut mir. Wenn ihr eine BB-Cream haben wollt, die nicht so super speckig ist. Die sich wirklich der Haut anpasst, wenn ihr auch die richtige Farbe auswählt. Ich habe Medium. Jetzt zeige ich euch auch gleich nochmal Light im Vergleich. Komm, mache ich jetzt. Und das daneben ist Medium. Ich hätte wahrscheinlich sogar noch eine dunkler gehen können. Ich fühle mich sehr, sehr hübsch gerade. Das ist ganz verrückt. Ich fühle mich wirklich wohl, weil ich mich nicht so geschminkt fühle, sondern ich fühle mich eher ein bisschen zurecht gemacht. Als hätte ich mich ein bisschen eingecremt, ein bisschen Concealer drauf, ein bisschen durch die Augenbrauen gegangen. Und tatsächlich würde ich jetzt auch den Tag so weitermachen. Es hat sich wirklich extrem gut angefühlt. Die BB-Cream hält den ganzen Tag. Der Moisturizer, okay, wenn ihr was sucht, was vielleicht nicht so super, super pappig ist und schmierig ist und glowy ist. Das ist eine solide Kollektion für alle. Und meine Meinung dazu kennt ihr, ich bin hin und her gerissen, etwas, was Make-up angeht, in Schubladen zu schieben. Aber wenn es hilft, dass A, mehr Akzeptanz dafür ist, dass Männer auch Make-up tragen können. Und wenn die Produkte dann auch wirklich noch gut sind, sodass wir, die sich mit Make-up auseinandersetzen, auch gerne benutzen, dann glaube ich, ist das eine Win-Win-Situation für alle. Und es zeigt mir, dass ich manchmal ein bisschen entspannter an das Thema Make-up rangehen sollte wahrscheinlich und nicht so voreingenommen. Weil das ist ein schöner, frischer Make-up-Look für den Alltag und reicht völlig aus. Ich gucke mal, dass ich die Produkte verlinkt bekomme. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dem gesamten Thema einmal in die Kommentare. Und damit danke ich mich, dass ihr heute mit dabei wart. Seid bitte alle unbedingt am Mittwoch um 19 Uhr hier, denn wir starten mit dem spannendsten Teil des Catrice-Updates. Freunde, habt einen zauberhaften Tag. Bis zum nächsten Mal.